Über 8000 Kinder erlernen in 74 Einrichtungen des Landkreises Elbe-Elster mithilfe der Kreisverkehrswacht das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Die Kreisverkehrswacht in Elbe-Elster betreut damit seit nunmehr über sechs Jahren ein in Brandenburg einzigartiges Projekt. Für die Fortführung dieses wichtigen Anliegens hat Landrat Christian Jaschinski jetzt seine Unterstützung zugesagt und die Schirmherrschaft übernommen. Mit der Verkehrserziehung fördern wir das Bewusstsein und die Selbstständigkeit der Kinder, so der Landrat. Mit der Übernahme der Schirmherrschaft soll nicht nur die Wichtigkeit dieses Projektes unterstrichen werden, sondern auch ein starkes Signal an alle Bürgerinnen und Bürger gesendet werden, dass die Sicherheit unserer Kinder eine gemeinsame Verantwortung ist, der wir uns alle verpflichtet fühlen müssen, so der Landrat. Mit dem Boot sind außerdem die Kommunen und die Sparkassenstiftung Zukunft Elbe-Elsterland, welche das Projekt vor allem finanziell unterstützen. die wir auch noch mehr nutzen. Mit dem Boot sind die Kinder, die wir uns alle verpflichtet haben. Die Männer und die Handrat schlägt, die wir jetzt auch noch nhiều nicht ab, Und wir können auch die Personen, die wir uns alle verpflichtet haben, Vielen Dank.